Glaubhaft. Der Glauben wird glaubhaft machen. Ich schaue in dieser und in der nächsten Folge einen zweiten Timotheusbrief an. Der traditionellerweise letzte Brief von Paulus vor seiner Hinrichtung in Rom. Und es geht mir um das Thema, was gibt mir Hoffnung? Denn es hat etwas mit dieser Schrift, sehr kurzen Schrift, knapp 2000 Worte im griechischen Text zu tun. Und zwar, Paulus war unterwegs durch Kleinasien, also durch die Westtürkei und ist offenbar über Korinth nach Rom gekommen. Und dort wartet er nun auf die Hinrichtung. Und der ganze Stil des Briefes, auch die ganzen Inhalte gehen um diese Thematik, auch wenn sie nicht bewusst immer wieder aufgenommen werden. Aber sagt zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 6, Ich werde als Trankopfer dargebracht. Oder andere Übersetzungen sagen, ich werde schon geopfert. Und das ist interessant. Das griechische Wort dort wurde im Umfeld, also in der römisch-griechischen Kultur immer dafür gebraucht, dass bei Festessen der letzte Becher zur Ehren der Götter ausgeschüttet worden ist. Und Paulus sagt, so und ich werde so jetzt ausgeschüttet, dass wenn ich sterbe, ich gebe mein Leben Gott zurück und ich weihe ihm mein Leben. Das ist die Perspektive. Also es ist etwas anderes als, ich kapiere, ich werde hingerichtet, ich werde in Rom jetzt dann geköpft, sondern ich gebe mein Leben Gott und jetzt kommt der Höhepunkt, jetzt kommt noch die Kür von allem. Der Brief insgesamt ist sehr bewegt. Das merkt man vom Stil her. Viel abgebrochene, kurze Sätze. Er erwähnt insgesamt 32 Einzelpersonen. Also er will noch zu der und der Person etwas sagen und so weiter. Und so riecht der ganze Brief nach Abschluss vom Leben, aber er spriesst voll von Hoffnung. Der emeritierte Professor Norbert Bolz schreibt in der NZZ Folgendes, dass wir seit 9-11 im Zeitalter der Angst leben. Und Paulus, angesichts von seinem Tod, von seiner Hinrichtung, lebt im Zeitalter der Hoffnung. Und diese Aspekte möchte ich herausschälen aus dem 2. Timotheusbrief und anschauen. Jetzt wird immer wieder mal gesagt, der 2. Timotheusbrief kann nicht von Paulus stammen. Hier sind vielleicht 3 Aspekte wichtig zu sehen. Erstens, die frühe Kirche stellt einmütig fest, das ist ein Brief von Paulus. Es gibt nur 2 belegte Einsprüche gegen das von 2 Gnostikern, von Basilides und Markion. Gnostiker waren die, die trennten Körper und Geisten, die sagen, der Körper ist etwas Schlechtes und der Geist ist mega gut und wichtig. Also je weniger irdisch wir sind, umso besser. Und gegen das wehrt sich der 2. Timotheusbrief explizit, Kapitel 2, Vers 16-18 und Vers 23. Und darum wurde er von den Gnostikern als nicht paulinisch abgetan. Aber sonst ist die frühe Kirche einmütig dafür, das ist von Paulus. Der zweite Gedanke ist, also wir haben diese viele abgebrochenen Sätze, der Stil ist irgendwie anders. Und dann wird gesagt, der 2. Timotheusbrief kann nicht von Paulus sein, weil der Stil anders ist. Zudem stellt man fest, dass er rund 60 Wörter gebraucht, die er sonst nirgends gebraucht in allen seinen Schriften. Und man halt sagt, okay, das ist ein anderer Wortschatz, das kann nicht von Paulus sein. Demgegenüber steht aber, dass wir zum Beispiel sehen, dass der Philippabrief einmütig auch in der modernen Forschung als Paulusbrief deklariert, ebenfalls über 70 solche Wörter gebraucht, die Paulus sonst nirgends gebraucht. Das heisst, dieses Argument fällt in sich zusammen, da man feststellt, der Philippabrief hat auch einen Wortschatz wie sonst Paulus nirgends gebraucht. Und dasselbe gilt für den zweiten Timotheusbrief. Und drittens können wir das sehr gut aufgrund der Ausgangslage der Situation erklären. Paulus kurz vor seinem Tod, er hat noch die letzten Worte für die und die und die und die Person und man merkt den ganzen bewegten Gedankengang innerhalb des Textes. Das heisst, Wortschatz ist weniger Zeichen für Autorenschaft als vielmehr die Situation, die Ausgangslage des Briefes. Und hinzu kommt noch folgendes, Paulus schreibt hier den zweiten Timotheusbrief und dieser gehört eigentlich so literarisch nach Gattung zum ersten Timotheusbrief und Titusbrief. Weil im Unterschied zu allen anderen Briefen, die Paulus ja auch geschrieben hat, sind dies die drei Briefe, die Paulus nicht an eine Gemeinde schreibt, sondern an Einzelpersonen. Das heisst, der Fokus ist auch ein ganz anderer. Das also mal grundsätzlich zum zweiten Timotheusbrief. Und jetzt beginnt der Brief wie folgt. Paulus schreibt, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Nun, für alle die, die die Paulusbriefe von Paulus schon mal gelesen haben, werden folgendes feststellen, nämlich, dass Paulus alle seine Briefe faktisch so beginnt, nur mit dem zweiten Timotheusbrief mit einer Ausnahme, nämlich er ergänzt ein Wort. Er schreibt nämlich, Gnade und Barmherzigkeit. Nicht nur Gnade und Friede, wie sonst, sondern er bringt noch etwas dazwischen. Gnade und Barmherzigkeit und Friede von Gott. Und das ist ganz interessant, weil, wieso um alles in der Welt bringt Paulus, obwohl er in allen anderen seinen Briefen immer nur von Gnade und Friede spricht, jetzt noch die Barmherzigkeit mit hinein. Und das ist interessant, weil ich glaube, hier betont Paulus etwas mega Wichtiges. Zum einen können wir mal sehen, Gnade schaut zurück. Es schaut auf unser Leben zurück und dass Gott uns alles vergeben hat. Es schaut auf unsere Vergangenheit. Frieden schaut auf unsere Zukunft. Ich habe Frieden, ich habe Hoffnung. Und jetzt bringt Paulus noch die Barmherzigkeit mit ins Spiel. Exakt in seiner Situation, jetzt kurz vor seinem Tod, in seiner Gegenwart hinein, schreibt er von der Barmherzigkeit, von der Liebe von Gott. Man kann auch übersetzen von der Freundlichkeit oder von der Treue. Aber es kommt noch besser, denn dieses Wort Barmherzigkeit, hier im Griechischen, geht zurück auf ein zentrales Wort im Alten Testament, auf Hebräisch, über den Charakter von Gott. Und zwar spielt es an 2. Mose 34, Vers 6 an und dieser Vers lautet wie folgt. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Hier ist die Situation, Gott geht vor Mose vorbei und dann ruft Gott aus. Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von grosser Gnade und Treue. Man nennt dies die sogenannte Gnadenformel, 2. Mose 34, Vers 6. Man kann auch sagen Barmherzigkeitsformel. Das ist die Formel, die innerhalb des Alten Testaments am meisten zitiert wird und wieder darauf angespielt wird. Sieben exakte Zitate von diesem Vers im Alten Testament. Und es geht um die Barmherzigkeit von Gott. Und hier kommt etwas hinzu. Was bedeutet denn Barmherzigkeit? Es ist das hebräische Wort Rechem. Und das wurde für den Mutterleib oder den Mutterschoß oder sogar die Gebärmutter gebraucht. Also eine ganz weibliche Seite von Gott. Und es wird gesagt, Gott liebt dich. Er ist bei dir. Es ist die Zentralaussage über Gott. Und genau diese bringt Paulus in seinem letzten Brief. Er ist getränkt von dieser Barmherzigkeitsbotschaft, dass Gott barmherzig ist, dass er für ihn ist, dass er mit ihm ist. Was sind also nun die Aspekte der Hoffnung für Paulus? Und ich möchte insgesamt vier anschauen in dieser ersten Folge nur einen Aspekt, nämlich Bücher, beziehungsweise die Bibel. Interessant, Bücher, weil dies ist ein Fokus im zweiten Timotheusbrief. Und das möchte ich zeigen anhand von einem Vers, nämlich 2. Timotheus 4, Vers 13. Da schreibt Paulus zu Timotheus, wenn du zu mir kommst, den Mantel, den ich in Troas zurücklies bei Karpus, bring mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Er spricht hier von Büchern und Pergamenten. Man weiss nicht genau, was damit gemeint ist. Man spekuliert, dass die Bücher Papyrusrollen sind und wahrscheinlich die neutestamentlichen Schriften von Paulus mit beinhalten. Und die Pergamente entweder seine rechtlichen Dokumente sind, nämlich um seine römische Staatsbürgerschaft auszuweisen. Oder auch, dass das Schriften vom Alten Testament sind, vom ersten Teil der Bibel. Wie auch immer sind ihm Bücher absolut wichtig. Jetzt stellt man heute fest, ein durchschnittlicher College-Absolvent, oder sagen wir Gimi-Absolvent oder SEC-Absolvent, der liest pro Jahr zwei Bücher. Im Unterschied zu einem durchschnittlichen Geschäftsführer, der pro Jahr vier bis fünf Bücher liest. Also es gibt keinen direkten Zusammenhang, aber irgendwie, wer mehr liest, ist irgendwo anders angesiedelt. Also der Unterschied im Bruttolohn hat vielleicht auch etwas mit Büchern zu tun. Wie auch immer, heute sagt man ja, aber wir hören vor allem viel mehr Podcasts als Bücher. Und darüber hat man natürlich auch geforscht und hat festgestellt, okay, der Einfluss, ob Podcast oder Buch, ist derselbe, auch neurologisch. Aber die Wirkung ist eine andere. Ob du liest oder nur hörst, macht einen Unterschied. Man weiss es nicht genau wieso, aber man sagt, der Einfluss ist derselbe, aber die Wirkung eine ganz andere. Und man sagt, wahrscheinlich deshalb, weil man beim Lesen dazu geneigt ist, immer wieder mal zu verlangsamen oder Sätze zu wiederholen. Und man muss langsamer sein. Das kann man auch neurologisch erklären. Und zwar im Normalzustand, also wenn wir hören oder einfach, wenn wir leben, funktioniert unser Hirn mit sogenannten Beta-Wellen zwischen 13 und 30 Hertz. Wenn wir aber zur Ruhe kommen, im Ruhezustand, wenn alles langsamer wird, dann setzen sich diese Beta-Wellen zu Alpha-Wellen herunter. Die sind 8 bis 12 Hertz. Das bedeutet, anders gesagt, man muss auf die richtige Wellenlänge kommen, dass die Wirkung tiefer ist. Es geht nämlich nicht einfach nur um Information beim Lesen, sondern um Transformation. Wenn du hörst, dann hörst du. Und wir neigen auch dazu, auf Podcasts immer zu verschnellen. Also zumindest ich, ich höre meistens alles mit 1,3 bis 1,5-facher Geschwindigkeit. Mir wird immer wieder mal gesagt, dass bei mir man zurückstellen muss, vor allem wenn man mir live zuhört, dann wäre man froh zu verlangsamen. Wie auch immer. Aber wenn man herunterschalten muss, langsamer wird, langsamer lesen muss, dann geht es nicht mehr um Information, sondern um Transformation. Dann verändert das uns. Die Wirkung wird tiefer. Das bedeutet, man erinnert sich an das Gelesene besser als an das Gehörte. Und genau auf diese Wirkung von Gelesenem geht Paulus auch indirekt ein, nämlich in, sagen wir, dem Zentralvers über die Inspiration, also den Wert und der Qualität der Heiligen Schriften. In 2. Timotheus 3, Vers 16 oder 15 und 16 sagt Paulus folgendes. Weil du, Timotheus, vom Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, deren Jesus Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und hier sind einige Aspekte, die ich herausgreifen möchte, über die Wirkung von Gelesenen und jetzt bei Paulus über die Heiligen Schriften, über die Bibel. Er sagt, das Erste, sie machen dich weise zur Rettung. Das heisst, die Bibel oder die Schrift, das Nachdenken über das Wort von Gott, rettet dich. Und jetzt ist es sehr spannend insofern, wie Paulus das Verb retten überhaupt in seinen Schriften und vor allem im 2. Timotheusbrief gebraucht. Gemeinhin denken wir immer, der Glaube an Christus rettet mich jetzt oder hat mich gerettet. Und die Frage schlechthin lautet zum Teil, bist du gerettet, ja oder nein? Aber Paulus ist nicht so simpel, denn das Wort retten, das Verb, gebraucht er in allen drei Zeitformen, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und interessanterweise spielt er das auch an den Einleitungsvers von 2. Timotheus an, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Und ich habe dies hier so dargestellt. Und zwar spricht Paulus vom Retten zum einen in der Vergangenheit und sagt, ich bin gerettet worden. Also Rettung ist etwas in der Vergangenheit und hat auch mit dem Kreuz von Jesus zu tun, das ja geschehen ist, das in der Vergangenheit liegt. Meine Rettung ist verbürgt, sie ist sicher, ich bin gerettet. Aber das ist nicht alles. Er gebraucht das Verb dann auch in der Gegenwart. Ich werde gerettet. Und dann braucht er es zudem auch noch in der Zukunft. Ich werde gerettet werden. Also meine Rettung kommt erst noch. Und diese drei Aspekte, die machen es interessant, dass wir nicht immer nur fragen müssen, bin ich gerettet, ja oder nein? Sondern werde ich jetzt gerettet und werde ich auch in Zukunft gerettet? Und alles gehört natürlich irgendwie zusammen. Aber der Grundgedanken ist, wir brauchen Rettung überall. Nicht nur in der Vergangenheit und so bin ich safe und jetzt kann ich tun lassen, was ich will. Und so kann man es eigentlich auch so erklären. Wir werden in der Vergangenheit von der Strafe, der Sünde und meiner Not gerettet. Ich bin wirklich gerettet. Ich kann in die Zukunft schauen. Ich bin befreit von der Strafe und vom Gericht. Wir werden in der Gegenwart von der Macht vom Bösen gerettet. Ich kann jetzt darauf erzählen, dass Gott mich jetzt rettet. Von meinen Schattenseiten, von Problemen, in denen ich stecke. Die Rettung gilt auch jetzt. Und dann kommt es hinzu und ich werde gerettet werden. Das heisst, irgendwann kommt der Moment, wo ich von der Präsenz des Bösen und der Sünde gerettet werde. Wo das Böse weg ist. Und das sind die drei Aspekte. Und Paulus sagt, dass die Bibel hilft uns zu dieser dreifachen Rettung. Es ist nicht nur eine einfache, nicht nur eine doppelte, sondern es ist eine dreifache Rettung. Und darum nun betont Paulus in unserem Vers, wenn wir nochmals hinschauen, die heiligen Schriften haben Kraft. Sie haben eine Power. Sie sind voll von... Was ist damit gemeint? Ich glaube, niemand hat das besser ausgeführt als Gandhi. Er hat Folgendes gesagt. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit. Und das ist jetzt spannend. Das Wort Kraft bei Paulus ist das griechische Wort Dynamis. Woher unser deutsches Wort Dynamit kommt. Und Gandhi sagt, ihr habt in euren Händen eine Schrift, die hat Dynamit in sich. Die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen. Die Welt auf den Kopf zu stellen. Dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre. Sonst weiter nichts. Die Bibel hat Kraft. Sie hat eine enorme Power. Dein Tag kommt auf die richtige Bahn mit dieser Schrift. Wenn du damit beginnst, wenn du damit aufhörst. Sie hat Power, dein Leben von der Vergangenheit in der Gegenwart und für die Zukunft zu retten. Und dich auf die Siegesbahn zu bringen. Und dann ergänzt Paulus diese Aussagen noch mit einem Zusatz. Und er sagt nämlich, die Heiligen Schriften sind nützlich. Sie helfen uns. Spurgeon hat mal gesagt, eine Bibel, die auseinanderfällt, gehört meistens zu jemandem, der es nicht tut. Die Bibel ist nützlich. Das Wort hier heisst eigentlich angehäuft und bezeichnet einen angehäuften Gewinn. Es ist ein Schatz in unserem Leben. Eine groß angelegte Studie, Reveal, in den USA hat tausende von Christen befragt über ihr Leben, über den Stellenwert der Bibel in ihrem Leben, über Gebet, über Besuch einer Gemeinschaft von Christen usw. Und sie haben festgestellt, in allen Phasen des Christenlebens, also am Anfang, in der Mitte, am Ende, spielt die Bibel einen absolut zentralen Faktor. Man hat festgestellt, je grösser dieser Faktor Bibel im persönlichen Leben ist, umso reifer ist diese Person, umso gesünder, auch medizinisch, und umso grosszügiger. Die Bibel ist, Zitat Paulus, nützlich. Es ist ein Gewinn für dein Leben in allen Dimensionen. Jetzt gibt es hier einen kleinen Vorbehalt, denn es geht einfach nicht um Bücher und es geht einfach nicht um die Bibel per se, sondern es geht um die Wirkung und wie du mit der Bibel umgehst. Denn es gibt einen klassischen Vorbehalt in der Bibel selber gegenüber Büchern. In Prediger 12, Vers 12 heisst es, Lass dich warnen, denn des vielen Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren macht den Leib müde. Also gut, Bücher sind nicht alles. Und Chesterton hat mal Folgendes gesagt, ich habe von Kindern mehr gelernt als von Büchern. Weil einfach nur Bücher zu haben, das bringt gar nichts. Am schönsten finde ich dies dargestellt in der Franklin-Expedition. Die Briten wollten im 19. Jahrhundert zum Nordpol. Und obwohl die Reise zwei bis drei Jahre geht, nahmen sie nur Kohle mit für zwölf Tage. Dafür aber 1200 Bücher, darunter 200 Bibeln und vor allem noch Gebetsbücher, dann Porzellan und etwas schöne Kleider und eine Musikkleider mit 50 Melodien. Nun gut, sie wollten zum Nordpol. Mit unendlich vielen Büchern, um den Pinguinen oder was es dort am Nordpol gibt, nein, dort sind, glaube ich, die Bären, die Pinguine sind am Südpol, auf jeden Fall denen aus der Bibel vorzulesen. Schlussendlich fanden die Inui die Leichen dieser Expeditionsleute. Und sie stellten fest, also das erste Mal, sie haben ihr Beiboot zu einem Schlitten umfunktioniert, ja, weil du am Nordpol dann irgendwann kein Boot mehr brauchst, sondern ein Schlitten. Und im Boot 18 Kilogramm Schokolade und Bücher. So, das waren alle kleine Matisse. Weil ich bin der Meinung, mit Büchern und Schokolade überlebst du und lebst du lang. Ja, denkst du, Bücher per se machen einfach nichts aus. Es geht nicht einfach um Bücher. Im Blick auf die Bibel bedeutet das, es geht nicht darum, dass du durch die Bibel kommst, sondern dass die Bibel durch dich kommt. Es geht nicht um Information, sondern um Transformation. Peter Marshall, er hat mal so gesagt, was wäre, wenn du die Bibel liest, dass du, wenn du an eine Stelle kommst und dir diese Stelle etwas sagt, du erst dann weiterliest, wenn du das getan hast, was darin steht. Die Bibel ist insofern auch nicht einfach ein Liebesbrief von Gott, wie man so schnell mal gemeinhin sagt. Also, ich weiss nicht, aber wenn du die Bibel liest, ob du immer das Gefühl hast, das ist ein Liebesbrief. Nein, die Bibel ist kein Liebesbrief. Die Bibel ist die Geschichte von Gott mit Menschen und dahinter steckt immer Gottes Liebe. Die Basis ist Gottes Liebe, aber die Bibel ist Geschichte von Gott mit Menschen. Es geht nicht nur darum, dass ich sie lese und mich mega geliebt fühle. Es geht nicht um Information, es geht um Transformation, dass das mein Leben verändert. Interessant ist das, wenn man dies auch religionsgeschichtlich mal vergleicht, weil alle Religionen haben irgendwo Basisdokumente. Wir haben bei den Veden, die Schriften im Hinduismus, und man sagt, dort geht es vor allem um den Klang, nicht um den Sinn. Bei dem Koran geht es vor allem um die Sprache. Den Koran, den muss man eigentlich auf Arabisch lesen. Die Sprache ist absolut zentral. Bei der Bibel können wir sagen, steht im Zentrum weder einfach nur der Klang, noch einfach der Sinn und die Sprache, sonst geht es um eine Person. Die Bibel weist uns immer auf Jesus Christus hin. Und in der Theologie unterscheidet man darum vom geschriebenen Wort, der Bibel, und vom lebendigen Wort, Jesus. Weil das ist die Macht in unserem Leben. Worte haben Kraft. Und um das geht es in der Essenz in der Bibel. So sagt Paulus, die Bibel ist nützlich. Und er doppelt dies nach mit einer spannenden Aussage im 2. Timotheus 2, Vers 15. Da sagt er, Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit, die Schrift, Recht austeilt. Wörtlich heisst es eigentlich, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden kann. Dieses Wort, Verb, wurde gebraucht für eine Strasse, die quer durchs Land ging oder für eine Furche auf dem Acker, die ganz gerade ist oder auch im Blick auf einen Stein, der so zugerichtet ist, dass er in die genau vorgesehene Stelle passt. Was macht also die Schrift? Was macht das Wort von Gott mit uns? Es schneidet uns, dass wir in unsere Stelle, wo wir hingehören, genau passen. Das bedeutet, es ist an sich egal, wo du bist. Wenn du auf Gott hörst, die Bibel liest, dann wirst du dort hineinpassen. Also ich will nicht sagen, dass es manchmal dran ist, den Ort zu wechseln und so, aber die Grundfrage in meinem Leben und vielleicht kannst du dich damit identifizieren, ist immer, bin ich am richtigen Ort? Ist das meine richtige Stelle? Ist das mein richtiger Chef? Das passt alles nicht. Und die Aussage ist, doch, doch, grundsätzlich ist das ja alles mal gut. Es geht darum, dass die Zusage besteht, du wirst dort hineinpassen. Das bedeutet an sich, du kannst sein, wo du willst. Es ist immer der passende Ort, weil du zugerichtet wirst, dass du dort hineinpasst. Das ist eine Botschaft von Gott für dich. Du hast eine Mission, du hast eine Berufung, du passt wo auch immer hin, weil Gott dich formt, weil er dich zurichtet und zwar, dass du perfekt dorthin passt. Du hast eine Mission, du hast eine Berufung, du bist der Schlüsselstein für in deine Situation, in deine Ehe, in deinen Job, in deine Firma, in dein Startup, wo auch immer. Dort gehörst du hin und du passt hinein. Gott hat dich dazu gemacht oder gerade geschnitten. Ich möchte aufhören mit einer Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg und zwar Kurt Geiler war Infanterist in den Gräben, hat dort gekämpft und das Einzige, was er als Kopfkissen zur Verfügung hatte, war seine Bibel. Jede Nacht schlief er auf seiner Bibel. In einer Nacht wurde sein Bunker von einer Bombe zerbombt, die meisten seiner Kollegen starben, nur er hat überlebt, kam ins Lazarett, wollte aber zurück in den Bunker, weil er wollte seine Bibel haben und er kommt zum Bunker und findet seine Bibel, zerfetzt von einem vier Zentimeter langen Granatsplitter, der in der Bibel stecken geblieben ist. Und für ihn war das, die Bibel hat diesen Splitter abgefangen, dass er mir nicht durch den Kopf ging und mich getötet hätte. Diese Bibel wurde wie aus Familienheiligtum gewahrt und der Enkel von Kurt Geiler, Markus Geiler, erzählt immer wieder mal, dass sein Vater, also der Sohn von Kurt Geiler, diese Bibel aus dem Gestell geholt hat und gesagt hat, schau mal, das ist es, was deinem Grossvater das Leben gerettet hat. Die Bibel rettet, sie gibt Kraft, sie ist nützlich, sie ist für dich, sie verändert dich, dass du in deine Stelle passt, wo immer du bist. Glaubhaft, der Glauben, wie wir glaubhaft machen.